Ein Text über die Ereignisse nach der Veranstaltung Wenderer IV Akt 1 – Was hast du vor, Bruder? 13. Oktober 971 Die meisten Gäste waren bereits vor Tagen abgereist. Orleif deckte zum Frühstück und die Tische füllten sich langsam. Außer den Wenderianern waren nur die Männer und Frauen von Fjodor geblieben. Neben dem Schreiben von diversen Briefen hatte Esgard viel Zeit damit verbracht, sich mit Fjodor und dessen Sohn zu unterhalten. Es schien ein normaler Tag zu werden, als plötzlich ein Waffenknecht von der Treppe zur Burgmauer in den Raum stürmte. »Da kommen Männer über die Weststraße!« rief er laut genug, dass es jeder hörte. Die Unruhe, die sich kurz verbreitete, wurde von Esgard gelöst, da er zu wissen schien, wer dort kam. Er schickte zwei Knechte zu den Stellen und ließ seine Rüstung vorbereiten. Orleif sollte mehr Essen auftischen. Auf jede Aufforderung nach Antwort erwiderte Esgard nur, dass sich gleich alles aufklären würde. Einige Zeit später standen viele Leute auf den Zinnen und alle anderen an offenen Fenstern oder am geöffneten Haupttor und blickten den Anreisenden entgegen. Es waren um die zwanzig Leute, einige Ritter auf Pferden und etliche Waffenknechte. Es waren mindestens fünf verschiedene Banner und Wappen von Wolfsheimer Adel zu erkennen. Angeführt wurde die Truppe von zwei hohen Passbannern an den Lanzen zweier Ritter. Viktoria blickte ungläubig aus dem Toreingang, als sie ihre Brüder Raimund und Albrecht von den Pferden absteigen sah. Esgard ging ihnen über die Brücke entgegen, um sie zu begrüßen. »Alle Männer, die ich so schnell und ohne Wissen unserer beider Väter zusammenbekommen konnte«, sagte Raimund nach den ersten Förmlichkeiten. »Es wird reichen für unser Vorhaben«, erwiderte Esgard. »Reichen wofür?«, fragte Valeria laut, welche mittlerweile ebenfalls aus der Burg gekommen war und am anderen Ende der Brücke stand. »Was hast du vor, Bruder?« Esgard drehte sich zu seiner kleinen Schwester um und ging auf sie zu. Etwas Seltsames lag in seinen Augen. Die Angst, etwas zu verlieren, was er liebte. Er umarmte Valeria und gab ihr, wie er es immer tat, einen Kuss auf die Stirn. »Vergeltung, Schwester«, sagte Esgard, als sie sich wieder von ihr löste und an ihr vorbeigingen, um die letzten Vorbereitungen für die Reise nach Süden zu treffen. Akt 2. Im Schatten Drei Tage später, in der Nacht des 16. Oktober 971 Nur leises Geklimper von Rüstung und vorsichtiges Geflüster war zu hören, als die Männer sich aufstellten. Eine Handvoll Reiterei auf beiden Flanken, zwei Dutzend Fußsoldaten in der Mitte und direkt vor jenen einige Bogenschützen. Sie warteten im Schatten des Waldrandes und blickten auf die Siedlung, welche nicht mal 200 Meter weiter hinter einem Feld lag. Es war mitten in der Nacht und niemand war auf den Straßen zu sehen. In ein paar Fenstern waren noch Lichter zu erkennen, doch womöglich waren es nur nächtliche Feuer gegen die Kälte beim Schlafen. Es lebten bestimmt 300 Menschen in der Siedlung an der östlichen Grenze von Kaltenbrück. Alles war vorbereitet, als Esgard das Signal gab. Das Schlagen der Feuersteine war das erste laute Geräusch seit einer Ewigkeit. Doch kaum laut genug, um selbst eine wache Person in der Siedlung aufschrecken zu lassen. Die vorbereiteten Kohlepfannen brannten dank des Öls schnell. Der Waldrand wurde heller von immer mehr kleinen Flammen, als die Männer Fackeln anzündeten. Zuletzt hielten die Bogenschützen ihre Pfeile in das Feuer. Immer noch machte keiner der Männer einen Mucks. Mit einer Handbewegung gab Esgard den Befehl für die Bogenschützen. Das Knarzen der Bögen war in dieser Stille für jeden zu hören, gefolgt vom Surren der fliegenden Pfeile. Noch bevor die Pfeile ihr Ziel erreichten, wurden bereits die nächsten entzündet. Es brauchte elf Salven, bis die ersten Bewohner mitbekamen, dass etwas nicht stimmte. Noch bevor jemand wirklich bemerkte, was passierte, wurde mit einem Signalhorn der Befehl zum Angriff gegeben. Das Zentrum stürmte über das Feld genau auf die Siedlung zu, während die Reiter zu beiden Flanken die Siedlung einschlossen. Alarmrufe wurden gebrüllt. Die ersten Menschen waren auf den Straßen zu sehen. Wie erstarrt blickten sie den sich nähernden Flammen auf dem Feld entgegen. Die Kaltenbrücker reagierten schnell. Niemand blieb für sich alleine vor seiner eigenen Haustüre stehen, sondern sie versuchten, sich im Zentrum der Siedlung zu sammeln. Die ersten Dächer standen schon lichterloh in Flammen, als die Angreifer Fackeln durch Fenster und Türen warfen. Doch niemand von ihnen ging in die Häuser. Sie waren weder zum Plündern hier, noch um Frauen und Kinder in ihren Betten zu erschlagen. Im Zentrum der Siedlung hatten sich über 50 Bewaffnete gesammelt. Bauern, Handwerker und ein paar wenige Waffenknechte, welche mit Glück in ihrem Gambeson geschlafen haben und neben der Waffe auch noch ihren Helm gegriffen hatten. Die zahlenmäßig weit unterlegenen Angreifer ließen sich von der stümperhaft aufgestellten Schlachtreihe nicht beirren. Ohne zu zögern setzten sie ihren Weg durch die Straße weiter fort. Die Truppen trafen fast aufeinander, als aus der Dunkelheit plötzlich vier Ritter über die Flanke durch die Reihe pflügten. Panik breitete sich aus, als es sich von der anderen Flanke aus wiederholte. Riesige Lücken klafften in der Reihe und alles ging so schnell, dass die Angreifer von vorne fast vergessen wurden. Es dauerte nur Sekunden, bis aus dem Widerstand ein einziges Gemetzel wurde. Schmerzensschreie und der Klang von schneidenden Klingen erfüllte die Luft. Ein jeder, der zur Waffe griff, sollte diese Nacht nicht überleben. Akt 3 Asche und Blut Am Morgen des 16. Oktober 971 Als die Sonne aufging, war die Luft von Rauch und Asche erfüllt. Die letzten Feuer waren noch nicht gelöscht. Aber es war sowieso kaum etwas geblieben, was noch zu mehr als Ausglühen in der Lage war. Fast alle Gebäude waren bis auf die massiven Grundbalken niedergebrannt. Nur schwarze, leicht glühende Gerippe waren noch geblieben. Blutspuren auf den Straßen zeugten davon, dass die Leichen bereits weggeschliffen worden waren. Trauer lag in der Luft, als man an den Überlebenden vorbeikam. Wer das Glück hatte, keinen geliebten Menschen zu verlieren, stand doch trotzdem vor dem Nichts. Die wenigen Männer unter den Überlebenden zeugten davon, dass viele bereitwillig ihr Leben gegeben haben, bei dem Versuch, ihre Siedlung zu verteidigen. Nachts aufgeschreckt von den Schreien, allen Mut zusammennehmend auf die Straße zu treten, nur um Sekunden später abgeschlachtet zu werden. Die Männer des Freiherrn ritten langsam von Westen her zur Mitte der Siedlung. Mit ungläubigen Blicken betrachteten sie das Geschehene. Sie hatten von Burg Kaltenbrück in der Nacht die Flammen im Osten sehen können, doch keiner hatte geahnt, dass die Siedlung angegriffen wurde. Das Blut auf den Straßen und der Geruch von verbranntem Fleisch ließ keinen Zweifel daran, dass nichts daran ein Unglück war. Sie näherten sich dem großen Gebäude in der Mitte der Siedlung. Es war vollkommen unbeschädigt geblieben und hatte glücklicherweise von nebenstehenden Gebäuden kein Feuer gefangen. Es erschien wie ein glücklicher Zufall, doch als die Männer vor dem Gebäude hielten, erkannten sie, dass es keiner war. Am oberen Türbalken der breiten Flügeltür war eine Leiche angenagelt. Die Leiche war bereits am Verwesen und konnte nicht erst letzte Nacht gestorben sein. Ein glatzköpfiger Mann in einem dunklen Gambeson und über diesem ein grüner Wappenrock. Neben der Leiche von Gernot von Kaltenbrück war eine Bannerstange in den Boden gerammt. Der aufkommende leichte Wind hob das Seidenbanner an. Die blau-weißen Wolfskrallen ließen keinen Zweifel daran, wessen Handschrift dieses Massaker trug.